Am 5. Januar. Gegensätze ziehen sich an. Du wolltest mir einen Heiratsantrag machen? Ganz schlechtes Timing. Oder sie stoßen sich ab. Sie geht nach Lemgo, du Arsch. Das kann sie jetzt echt nicht bringen. Ey, Blondie, mit dir wird's echt nie langweilig. Gegensätze können so schön sein. Ich bin kein Mensch, der Sex mit seinem Ex auf der Toilette hat. Doch, genau so ein Mensch bist du. Also ich war dabei. So ein Mensch will ich nicht sein. Der Lehrer. Die neue Staffel. Ab 5. Januar. Letzte Folge verpasst. Jetzt in voller Länge bei TVNOW ansehen.